einen wunderschönen guten morgen und herzlich willkommen zum heutigen webinar forex pro systeme live trading natürlich mit torsten hellweg mein name ist der nelson cardoso neto und ich begrüße den namen von fx flat und freue mich dass sie wieder so früh am morgen dabei sind wir schauen uns direkt mal den risikohinweis an der ist wichtig denn dieses webinar dient wie immer nur zu schulungszwecken bitte nicht als andere anlageberatung oder handelsempfehlung verstehen so heißt das wort und sie müssen ihre eigenen entscheidung treffen ganz wichtig gut ok torsten mein lieber ich gebe dir sehr gerne den bildschirm und wünsche natürlich viel erfolg und viel spaß das hast du aufgeschrieben oder jetzt hat er nämlich das habt ihr euch das aufgefallen er hat das sehr gerne das hat er jetzt noch schnell eingefügt so lieber torsten ich gebe dir ich gebe dir sehr gerne nach dem bildschirm es hat er schnell noch muss es wahrscheinlich den zettel umdrehen oder ja ich habe ich habe einen text von fx-flat bekommen den sollte ich heute vorlesen so sehr schön wusste jeder schreiben kann so also ich habe mir mal ein bisschen was vorbereitet nur um ein schönes konfuses bild zu liefern also das ist ein chartbild das ist kein strickmuster vom nächsten brautkleid wer das deutet der kann bleiben ich gehe dann so lange kaffee trinken okay ein wunderschönen guten morgen in die händlerrunde hier und schöner erstmal dass ihr so zahlreich da sein erst mal schönes nelsen beziehungsweise fx flat aber in dem fall nelsen das auch möglich gemacht hat dass wir dieses webinar eingefügt haben als zusätzliches webinar mein bestreben ist es ich bin eine verpflichtung eingegangen meinen unserer community gegenüber pro quartal 30 webinare zu machen also 120 im jahr aufgrund der geschuldeten situation oder der situation geschuldet im moment haben wir heute für dieses jahr schon das siebzigste webinar das heißt wir haben den das pensum von über einem halben jahr erledigt und deswegen habe ich nelsen angeboten dass wir so viel webinare wie möglich hier auch öffentlich machen damit nicht nur die dabei sein können also nicht nur unsere kunden dabei sein können sondern auch mal ein paar andere so jetzt habe ich den ball schön weggespielt nelsen jetzt ist er nämlich dran die termine festzulegen dafür mein vorschlag war immer der donnerstag vormittag oder donnerstag früh in wahrheit hat er mich vermisst sag in wahrheit hast du mich nur vermisst ihr sagt ein kölner zu mir ich sage jetzt mal nichts dazu nein ich wollte dich einfach ein bisschen ärgern okay dann muss er mal zeitig aufstehen also wenn wir werden uns da jetzt ein bisschen abstimmen also wenn das gewollt ist also nee das ist ist nicht gewollt oder so dann selbstverständlich nicht wir machen das ja nicht für uns also wenn ihr wollt dann könnt ihr das hier gerne in der zeit reinschreiben und könnt ihr gerne bescheid sagen ob das so gewünscht ist oder nicht wir werden das dann versuchen zu berücksichtigen und die pläne regelmäßig ändern ich habe jetzt immer ein bisschen was zusammengefügt an setups die wir eins zu sieben kann ich jetzt nicht ganz wechseln machen einfach weiter macht mich ganz wuschig hier er kann man sehen für die fischkörper wahnemünder kaffeepot und es ist kaffee drin kein eistee ganz sehr viel bau ich habe hier mal die woche zusammengefügt indem wir hier unsere marken mal eingezeichnet haben die wir diese woche gehandelt haben oder handeln wollten wir haben am dienstag früh ein webinar gemacht in dem webinar am dienstag früh haben wir uns hier deswegen ist das chartbild hier heute mal ein bisschen durcheinander haben wir am dienstag früh hier einen bereich eingezeichnet ich hoffe den kann man auch erkennen ja ich glaube schon soll man auf den bildschirm gucken ja ein bereich eingezeichnet in dem wir shorten wollten mit einem ziel 1 0 8 25 1 0 8 25 war unsere marke unten die wir ansteuern wollten ich habe die linien hier jetzt leider verzogen weil ich die für heute brauche ziele waren 1 0 8 36 1 0 8 32 und 1 0 8 25 der markt hat uns so geil in die karten gespielt dass er nachdem karlsruhe einen etwas ungewöhnlichen richterspruch gefällt hat hier einmal ganz kurz nach oben gelugt hat und dann direkt das ganze programm innerhalb kürzer zeit abgespult hat hier macht mir hier kannst du dem dem lutz mal den den stift wegnehmen ja dieses ganze teater hat uns hier am dienstag schon fast 100 punkte eingespielt also zwischen 90 und 95 punkten je nachdem wer hier wo den entry gepackt hat wir haben hier oben eine limit pullback reingelegt eine short limit pullback und das ding haben wir durchrasseln lassen bis hier unten hin danach haben wir die ganze kiste aus korrigiert hier sauber um die 61 prozent circa das gucken wir uns gleich im nackten chart an die linie will ich jetzt hier nicht kaputt machen dann war das hier die nacht und dann kam gestern dann dieses muster und das möchte ich nochmal für die auseinander pflücken die nicht dabei gewesen sind also für die händler von fx flat wir haben gelauert auf den rücklauf gestern nachmittag auf den rücklauf an die 36 dazu hat uns diese kleine formation hier in die karten gespielt okay die sollte wenigstens bis zu 28 laufen und ich muss mal gucken irgendwo müsste hier sogar noch ich dachte ich habe hier noch da da liegt noch meine order von gestern nachmittag und der plan von gestern nachmittag der plan war einmal hier hoch zu laufen und dann die mark hier unten zu holen die nächste marke unten ist circa die 107 43 das gucken uns auch gleich an wo die herkommt und warum wir die so haben das war unser nachmittags plan gestern von hier nach oben zu laufen und dann nach unten zu fallen hier oben liegt noch meine limit bei der 108 28 5 die er leider nicht geschafft hat ich habe die zu diesem zeitpunkt über diese formation gelegt hier leider 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 ganz knapp verfehlt sonst wären das jetzt schon wieder bummelig 30 punkte die man sogar ganz entspannt über nacht hätte abgesichert laufen lassen können woher kommt das ganze theater wir haben hier ich mache das mal ein bisschen größer und ja man kann das ja hier nicht mehr ändern nehmen wir die strategie hier es ist schwierig die strategien zu ändern habt ihr für schon eine lösung nelsen ne das sind halt keine internet doch doch ich bin da eher aktuell nicht ne habt ihr nicht das ist was was die strategie bezeichnung betrifft ist sind ja beide versionen gleich ja na wir haben das problem dass wir die strategie bezeichnung nicht ändern können oder keine neue strategie bezeichnung eintragen können ja hab davon gehört okay für die die das gleiche problem haben einer von uns hat eine lösung für gefunden ich verrate euch mal einen trick mit der maus unter dieses feld gehen nicht da hinein sieht man das kann man das erkennen ja unter dieses feld gehen linke maustaste gedrückt halten und dann nach links markieren unter dem feld nicht in dem feld dann ist das ding markiert und dann kann man eine neue strategie anlegen ja hast du letztes webinar auch gezeigt sehr gut habe ich echt ja du siehst ich passe auf ja bist du nicht gerade papa geworden ja gerade nicht aber vor kurzem ja hast du eben nicht gerade gesagt du passt auf also irgendwie steht da was im widerspruch also ich habe den fibo andersrum gezogen hier da wir haben hier diese bewegung ich will euch nicht irritieren wir machen das mal so da zack da haben wir den fibo und wir haben hier die 61 8 da haben wir die 61 8 diese 61 8 die hat gestern in der nacht von vorgestern zu gestern hat die fürchterlich gebremst und gestern morgen haben wir gesagt okay wenn er hier diese 61 8 bricht unsere 1 0 8 36 dann soll er die kurz bestätigen und dann kann er ganz entspannt nach unten abbrauchen und dann haben wir als nächstes ziel 1 0 5 46 die 1 0 5 46 könnt ihr euch bitte mal aufschreiben 1 0 5 46 ist unser nächstes größeres ziel welches wir nach unten nach unten abarbeiten wollen aus diesem grunde haben wir gestern dann darkness glaube ich komme ich hier selber durcheinander da aus diesem grunde haben wir gestern gesagt okay wir gehen diesen weg von hier unten von der 1 0 7 86 umkehrformation erst mal nach oben bestätigen hier oben circa die 36 nach a gleich c sogar bis die bis zur 43 bis zur 36 wäre das ideal szenario gewesen um dann die nächste bewegung nach unten zu machen das ist unser grober plan nun gehen wir mal ins feintuning für auf jeden fall für heute ans feintuning wir haben es 8 uhr und wir dürften eventuell jetzt die 61 8 bestätigen ich komme mit meinen charts ein bisschen durcheinander da da haben wir unseren plan von gestern wir haben gestern gesagt wir erwarten entweder den lauf nach oben bis hier knapp unter die 1 0 8 50 oder maximal bis zur 1 0 8 61 um dann nach unten zu gehen oder erst nach unten dann nach oben und dann wieder runter und dann haben wir die gestrichelte Variante das war die Variante wenn wir hier die Variante wenn wir die 61 8 brechen Aussage war wenn wir die 61 8 mit einer Musikkerze nehmen hier haben wir eine Musikkerze hier haben wir die zweite Musikkerze dann den Rücklauf die Bestätigung bis an die 36 um dann nach unten abzumarschieren und hier da oben um halb 10 gestern früh das High von dieser Kerze 1 0 8 36 1 hier hat der Astrain die 61 8 bestätigt um dann die ganze Nummer nach unten abzuverkaufen so und jetzt suchen wir uns mal den Plan für heute ist der das ja jetzt suchen wir uns mal den Plan für heute hier haben wir uns gestern Nachmittag eine inverse SKS gezeichnet die sehr sehr unsauber ist aber die hätte uns nochmal hier hochspülen können bis dahin deswegen haben wir dort oben diese Short Limit platziert so und jetzt habe ich hier unten gerade ein bisschen mehr gelöscht als ich wollte so Plan für heute und eine kleine Hilfslinie dazu die nämlich so und hier oben genau das gleiche die als Hilfslinie dazu damit wir uns auch einen Plan zeichnen können und fertig ist die Laube mein Plan für heute könnte lauten ich muss hier oben glaube ich noch eine Linie dazu nehmen ja ich schmeiße die ich schmeiße die Marke oben noch nicht über den Haufen so ich schmeiße die hier oben noch 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 nicht über den Haufen die hier kann weg aber nicht über entfernen dann lösche ich wieder zu viel aber die da oben die kann die kann weg zack so meine Limit pullback hier oben die bleibt liegen ich werde sie jetzt verschieben auf die 24 mein Lauf heute der jetzt schon losläuft schade lass mich raten mein Lauf mein Lauf heute mein Plan bis dahin bis dahin bis dahin eventuell mit einem schnellen Schub bis dahin um dann äh ärgerlich um dann von da nach unten durch zu marschieren so das ist mein Plan für heute auf jeden Fall da haben wir ihn schon die Nummer hier die 10804 haben wir schon mal dann haben wir als nächstes die 10809 als Hilfslinie 10812 und dann die 10824 28 alle Stops müssen über die 108 36 sogar mit etwas Luft da meine 108 045 hat er auf den Tick geholt 10804 10804 Entschuldigung ganz knapp ganz knapp ganz knapp ganz knapp meine meine Limit Pullback verschiebe ich auf die 21,5 damit die auch geholt wird ich habe fünf Punkte Rücklauf drin aber wir haben auch eine lange Strecke vor der Nase diese Marken wenn die so eng liegen die 10804 und die 107 92 das sind gerade zwölf Punkte dann ist es schwierig entweder man erwischt die genau an dieser Linie oder an dieser Linie H genau auf den Punkt das heißt ich hätte genau hier oben drüber die Long Position erwischen müssen um dort sie um sie dort gleich glatt zu stellen und dann hier oben die Short Position zu erwischen um die dann hier unten glatt zu stellen diese Bereiche verschieben sich regelmäßig die kurzfristigen Position hier jetzt zu handeln ist mir zu schwierig dazu bin ich zu abgelenkt wir müssen abwarten bis wir hier oben die 10809 die 10812 wenigstens abarbeiten dazu kann man jetzt hier in den 1 Minuten Chart wechseln so und da sind wir in dem Fall hier bis da hoch kann man jetzt zum Beispiel eine kleine Long Position versuchen da oben drüber genau da oben drüber zu öffnen um das Ziel zu erreichen ich mache das mal 1 0 8 0 1 das wollen wir nicht da gucken ob das passt genau da oben drüber und diese Position können wir dann handeln handeln mit 5 Punkten Stopp und haben als Ziel die 12 also 13 woher kommt das jetzt wer hat eine Idee Musik ganz einfach schräge Vögel schräge Linien 1 und dann die nächste Nummer die 2 Die zweite Bewegung sollte länger sein als die erste. Und dann schauen wir, ob wir eventuell sogar die dritte Bewegung mitnehmen können. DE schalten wir ebenfalls ein. So, dazu kommt, wenn ich das jetzt mal hier so nennen darf. Ich mache das jetzt mal, ups, nur für Lutz. Dazu kam, dass wir hier unsere Euro Pro, unsere Wolke haben, oben drüber geschossen, Rücklauf und dann auf geht's. Diese Wolke ist unterstützend. Wenn er jetzt hier oben drüber geht über die 04, dann will ich gerne idealerweise mit meinem Stop-Break-Even gehen. Break-Even schaffe ich hier noch nicht. Aber wenn er den Schub jetzt kriegt, dann sollten wir auf jeden Fall nach oben Break-Even gehen können. Wenn ich den Filter an- und ausschalte, Patrick, habe ich jetzt hier ein Problem. Was habe ich vorhin gesagt? Lutz ist hier unten long gegangen. Richtig, lass es mich wissen. Lutz ist einer meiner Hardcore-Händler hier. Der nutzt unsere Zielbereiche, die wir uns hier jeden Morgen erarbeiten, fast auf den Tick. Und er ist auch so arschkalt, wenn ich das so sagen darf. Und er sagt einfach, wenn Thorsten da oben shorten will, dann gehe ich doch hier unten schon mal long. Wenn er da oben hin will, dann gehen die Set-Ups oft auf und warum soll ich dann die Long-Position nicht mitnehmen? Und das mache ich jetzt genauso. So, jetzt haben wir hier die Nummer wieder an der Marke. 1 0 8 0 4 5. Und hier haben wir nur die 0 4 4 geschafft. Und hier haben wir sogar nur die 0 4 2 geschafft. Wir brauchen jetzt ein bisschen Musik. Die Kante hier, die kann ich jetzt ein bisschen halten. Mein Tagesziel sind 12, 13 Tagespunkte. Und die will ich mir morgens um diese Zeit versuchen rauszukitzeln. Der Lutz handelt die zu 90 Prozent, hat er gerade geschrieben. Und der Carsten lacht ihn dafür aus. Carsten, ne? Sellt ihr was auf? Extra wegen dir. Ich habe gestern Abend das Webinar kürzer gemacht, um mir noch ein neues Hemd zu kaufen. Nur für dich. Jetzt habe ich zwei. Diese Nummer gibt mir hier zu denken. Deswegen geht mein Stop. Break even. Diese Formation, diesen Dampf, den wir hier haben. Okay. Nichts passiert. Diesen Dampf, den wir hier drin haben, da muss ich drauf reagieren und muss da schnell drauf reagieren. Hier kamen jetzt zwei Punkte oder mehrere Punkte zusammen. Diese Bewegung hier, ich nehme mal die Wolke wieder raus, um mal zu erklären, wie ich arbeite. Diese Bewegung hier, machen wir mal schön sauber. Diese Bewegung haben wir da, um 61,8 Prozent auskorrigiert. Okay. Und dann, so, laufen Sie parallel. Und dann sollte hier diese Bewegung starten, die dann dort oben hinlaufen sollte und auch hier oben in dem Zeitfenster bleiben sollte. So. Jetzt macht das wahrscheinlich ohne mich. Jetzt haben wir hier ein Hoch. Wir haben hier ein nachlaufendes Hoch. Auch diese Kerze hier, als die so viel Dampf gekriegt hat, ziehe ich lieber meinen Stop breakeven und verzichte lieber auf dieses eine Setup. Lass mich lieber hier breakeven rausschmeißen, als den Start mit fünf Punkten Verlust zu starten. Wer hält die Position noch? Du hattest keine Lust zum Bügeln. Mhm. Es ist gebügelt. Da, frisch. Ne? Sogar gebügelte Socken. Ja. Wenn das Setup jetzt aufgehen sollte, sollte diese oder die nächste Kerze das Ziel da oben erreichen. Wer hat die Position noch, außer Lutz? Okay. Ich bin, es kommt immer darauf an, ob ich jetzt hier den Nelson gerade was beibringen muss oder mich von anderen Leuten hier schimpfen lassen muss, weil ich das gleiche Hemd den ganzen Tag trage. Ich habe mir, ich habe mir gestern zwei gekauft, zwei die gleichen, da verarsche ich euch. Nein, oder ob ich alleine hier sitze. So wie jetzt, wenn ich hier alleine hocke, auf meinen Schirm gucke, benutze ich idealerweise genau diese Setups. Wenn diese jetzt etwas langsamer gelaufen wäre, hätte wäre wenn, dann hätte ich den Stop unter diesen Kerzen nachgezogen. Dann hätte ich vielleicht sogar noch zwei Punkte auf der Haben-Seite verbuchen können. So ist aber erstmal nichts passiert. So habe ich nur mal eben vier Minuten kostenlos gearbeitet oder umsonst. Ich habe aber nicht umsonst und ihr ja auch nicht umsonst, sondern wir haben ja schon mal ein bisschen was dabei gelernt, oder? Und dann hat er diese Bewegung hier auch noch ein nachlaufendes Hoch. Jetzt habe ich hier die Linie weggehauen. Da war eine rote Linie. Nein, nicht Cell Limit. So eine dickere Linie. Da. Jetzt kommen mehrere Punkte zusammen. Hier hat die das erste Mal gehalten. Nachlaufendes Hoch und sofort den Rückschlag, wenn ich solche Dinge erkenne. Bevor ich zugucke und meinen Stopp hier unten geholt wird und ich fünf Punkte in den Markt gebe, ziehe ich lieber einmal die Reißleine und sage, okay, einmal raus. Ich finde auch den nächsten Einstieg. Patrick, um deine Frage zu beantworten, der Filter ist weiß, deswegen auch die Frage. Bitte schau dir die Seminaraufzeichnung nochmal an, rückwirkend. Gerade den Teil sieben oder acht ist das, glaube ich, wo es eindeutig um Euro pro geht, wo ich auch etliche Worte zu dem Filter sage. Wenn man dieses Setup komplett einschaltet, dann hat man nämlich nicht nur die Wolke, sondern auch den Filter da drin. Der dauert jetzt im Moment, bis er fertig ist mit Rechnen. So. Und in diesem Fall hätte man jetzt, wenn man nicht schnell reagiert, hier fünf Punkte Verlust kassiert. Gleich. Weil der Stopp lag genau da unten drunter. Der Filter ist hier weiß und da ist er blau in einen Minuten. Der hilft nur etwas. Ich nehme ihn raus, weil er mir zu viel Performance auf dem Rechner nimmt. Der Jörg L. fragt. Hallo, Helbig. Hallo, Herr Helbig. Mein lieber Carsten, mein lieber Lutz, nehmt euch bitte mal ein Beispiel da dran. Hier ist jemand freundlich. Er sagt, hallo, Herr Helbig. Nicht hier. Hast du ihn für ein Hemd an? Reagiert der Euro-US-Dollar nur bei FIWO oder auch bei PIVO-Punkten? Mich interessieren PIVO-Punkte überhaupt nicht. Ich mache mir morgens meinen Plan. Ich zeichne mir morgens meine Linien und danach handle ich. Alles andere mache ich aus dem nackten Chart mit ein paar Linien drin, die ich mir selber hier einzeichne. Und danach arbeite ich. Für mich sind Indikatoren, die man da benutzt, nicht maßgebend, weil Indikatoren können nur das anzeigen, was gestern gewesen ist. Und nicht das, was kommen könnte. Ich versuche immer die Wahrscheinlichkeiten rauszupolen, was die anderen Händler machen könnten aus der Vergangenheit heraus. So wie eben, wenn ich sage, okay, diese Bewegung hier, die soll dupliziert werden, weil es viele Händler machen. Dann versuche ich, dieses Stück mitzuschwimmen und mir da ein bisschen was rauszupolen. Wenn das nicht funktioniert, gut, suche ich mir die nächste Gruppe, die unterwegs ist. So, wenn ich aufgepasst habe, braucht man doch einen Trend übergeordnet. Also M5 und dort haben wir aktuell keinen, sondern nur Trendbruch bisher. Oder habe ich da was falsch im Kopf? Ja. Eigentlich müsstest du ja meine Antwort kennen. Habe ich da was falsch im Kopf? Soll ich das jetzt mit Ja oder mit Nein beantworten? Wir haben hier den Handel, wir haben hier diesen Handel, wonach gemacht? Wonach haben wir uns diese Setups hier gesucht? Achso, ich bin ja mit Kamera, scheiße. Sehr schön. Dieser Handel war nach Zielbereichen und bei dem Handel nach Zielbereichen blende ich Wolke und Filter komplett aus. Ich bastel mir hier meine Zielbereiche, von wo nach wo ich laufen will. Und wenn ich diese Nummer von hier unten hole, würde ich sie dann nach Euro pro aufstocken. Mein lieber René, dürft ihr eigentlich schon Kasper Köppel schnitzen da? Oder habt ihr, ihr habt wahrscheinlich Homeoffice, ne? Sitzt mit dem Cuttermesser irgendwie in der Küche, ne? Bastel der kleine Pinocchios. Der Start hier unten nach Zielbereich, Zielbereich da oben. Mein Ziel waren die Zielbereiche hier oben. Unterstützend waren nur die Wolke. Das war kein Einstieg nach Euro pro. Ich habe nur den Hinweis von Lutz aufgegriffen. Der Hinweis lautete, da kommt auch unsere Euro pro Wolke, die das Setup unterstützen könnte. Und damit hat er recht. Wir gehen genau jetzt in einen nackten Chart. Da. So. Einmal ein Blick auf den 5 Minuten. Gut. Was sehen wir? Wir haben hier eine kräftige Longbewegung. Das sind Korrekturkerzen. Aus dem nackten Chart, wie gesagt. Wir sehen eine Longbewegung. Wir sehen hier Korrekturkerzen. Um aus dem nackten Chart zu handeln. Wir brauchen diesen ganzen anderen Scheiß nicht. Solche Nummern hier. Pupp. Machen wir mal eine neue Strategie. Die Strategie heißt nackt. So. Die versteht dann auch jeder. Ja. Da haben wir sie. Nichts weiter. Erste Bewegung. Bei einer Bewegung sollte es nie bleiben. Wir gucken einmal ganz kurz auf den 5 Minuten. 5 Minuten. Haben wir in 5 Minuten einen Trend? Ja oder nein? Nein. Ich gehe in den 1 Minuten. Zack. Hier unten. Da bremst er jetzt schön. Okay. Tun wir so. Ich habe das Falsche aufgemacht. Ich habe den EURUS-Dollar ohne Apostrophe und ich kann den ohne Apostrophe nicht handeln, weil ihr werdet es nicht glauben. Aber FXClet hat mich als professionellen Händler eingestuft. Ich bin jetzt Profi. Dafür darf ich aber auch nur mit Apostrophe handeln. Wenn ich das ohne Apostrophe aufmache, ist der Handel abgestellt. Deswegen habe ich gesagt, hier Long. Stop da unten drunter. Wer hat die Chance genutzt? Da Long. Und Stop da unten drunter. 96,5 Entry. Stop 94. Zweieinhalb Punkte Risiko. Und Stop da unten drunter. Wo haben wir das Ziel? Schade, ich durfte nicht. Mein Fehler. Wo haben wir das Ziel? Weiß ich nicht. Ich habe nur auf den Knopf gedruckt, weil du gedrückt hast. Äh, schon. Ich habe kein Ziel. Deswegen habe ich nicht gedrückt. 1,0824 geht doch. 1,0824. Zack. Wäre das Maximum. Aber wir haben ja dafür hier 1,0824, 1,0829 und 12. Also 4, 9 und 12. Das sind die Marken. So. Da haben wir die erste. Da haben wir die zweite. Da haben wir die dritte. und da haben wir die vierte. Und wo haben wir die letzte? Wo wollen wir ganz oben hin? Wieder hier aufgepasst. Maximal die 36. Die haben wir uns gerade erarbeitet. Wo kommt die 36 her? Werde sich gemerkt. Und die 28 ist das Hoch von gestern Nachmittag. So. Als Hilfslinie. Zack. Plan fertig. Stop liegt bei der 94. Entry bei der 96. Oh, die Zahlen sind recht klein. Da war der Entry. Die Zahlen sind recht klein. Das lässt sich ändern. Guck mal, Lutz, was ich nur für dich gemacht haben. Nur für dich. Ne. Große Zahlen. 1,0836. Hier oben. 1,0836 ist unsere Marke hier aus dem Fibu. Hier haben wir dieses Cluster. Und dieses Cluster sollte idealerweise von unten nochmal ganz kurz angesteuert werden. Das wäre das Maximum. Wie handelt man sowas? Wenn man so ein Entry hier erwischt. Mit 2,5, 3 Punkten Stop. 2,5, 3 Punkten Risiko. Dann geht man. Wenn wir jetzt hier über die 1,0835 kommen sollten. Dann geht man dort Break Even. Dann sind wir noch 10 Punkte vorne. Break Even. Und dann kann man, wenn man bei der 1,08,09 ist schon ein 205. Stop auf plus 2, plus 3 ziehen. Und dann immer von einer Etage zur anderen. Okay. So kann man diese Nummer hier durchziehen. Rechts, die kannst du nicht lesen. Was ist die hier? Im Menü. Er kann sie nicht lesen. 61,08 von dieser Bewegung. Wir sehen aber auch, wie schön das Ding hält. Noch. Die gehen nicht größer. Genau so sieht das. Wie eine Frage. Eine dumme Frage. Vielleicht eine blöde Frage. Aber wie bekommt man die kurzen Linien hin? Es gibt keine dummen Fragen. Es gibt nur dumme, die nicht fragen. Da oben hast du einmal die vertikale und hier die horizontale. Und hier hast du einfach eine Trendlinie, die du zeichnen kannst. Und die kannst du dann hier einzeichnen. Von A nach B. Wenn du sie gerade machst, zeigt er dir auch hier das richtige Level. Das hier ist meiner. Den habe ich mir für Lutz extra bauen lassen, damit Lutz auch meine Zahlen lesen kann. Und wenn wir die jetzt die Linie jetzt dicker machen, wird die Zahl auch etwas größer. Da. Und gut, die 200 Punkte hier. Und wenn man das hat, dann kann man in die Trendlinie Eigenschaften gehen und kann sagen, als Endloslinie zeichnen. Oder nicht. Ich bearbeite nicht mit Endloslinie, weil dann zieht er die nämlich bis zum Ende durch. Und das will ich nicht. Ja, Exit. Richtig. Aber verkraftbar, oder? Zwei Punkte. Ja, so viel ist da nicht los. Also werfen wir mal einen Blick auf den DAX. Okay. Hier haben wir noch eine Zeichnung von ebenfalls von gestern. Die Zeichnung von gestern sah vor, dass wir diese Bewegung hier nochmal nach oben duplizieren. Das hier war die Bewegung, die sollte er nach oben duplizieren in diesem Zeitfenster. Das Zeitfenster hat er eingehalten, aber die Marke nicht, sondern er hat hier nur einmal ein kurzes nachlaufendes hochhin gebastelt, um dann umzudrehen, um dann umzudrehen und bis gestern Nacht nach unten zu marschieren. Da die Marken nicht gehalten wurden, nehmen wir die jetzt mal raus hier. Die könnten nur stören. Wir bewegen uns oder haben uns hier bewegt in einer schönen, in einem schönen Kanal. Und diesen Kanal haben wir gestern Nachmittag dann nach unten verlassen. Und diesen Rücklauf nochmal kurz rein, das Ding nochmal bestätigt, diese Tiefs hier nochmal bestätigt, um dann direkt nach unten auch durchgereicht zu werden. Unser massiver Punkt war, die Linie ist noch drin, die lassen wir auch mal drin. Unser massiver Punkt nach unten war die 10.519. Und die spielt auch nach wie vor eine Rolle, weil die hat er hier doch eine Endloslinie draus gemacht. Wollte ich nicht. So, diese Linie spielt nach wie vor eine übergeordnete Rolle, weil dieses Spiel, was er hier gemacht hat, das war heute Nacht um 1. Also außerbörslich. Dadurch ist für die Daytrader immer noch dieser Bereich hier Ausschlaggebend. Diese Marke hier unten zählt. Wir haben in 15 Minuten, haben wir einen sauberen Aufwärtstrend. Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung. Und jetzt haben wir diesen Kanal nicht nur verlassen, sondern auch das Tief gebrochen. Jetzt gehen wir mal eine Zeiteinheit höher. Da haben wir ebenfalls das Tief gebrochen. Und wir gehen mal in den Stundenchart. Im Stundenchart haben wir ebenfalls das Tief gebrochen. Sind wir ebenfalls durch. Und im 4-Stundenchart, LS, und ich sehe gerade noch eine Linie drin. Da, hier unten kommt noch eine Linie angepfiffen. Und im 4-Stundenchart, Bewegung, Korrektur, Bewegung, sind wir ebenfalls nach unten durchgereicht. Und das sogar gestern Abend in Börsenzeiten. Das heißt, auf allen Ebenen haben wir bis zum Stundenchart ganz klar die Trends kaputt gemacht. Wir haben die Trends gebrochen. Wir haben hier, die letzte Kerze, sogar einen leichten bärischen Anflug. Wegen, wo kommt der her, der bärische Anflug? Wir haben diese Bewegung um 61,8% korrigiert. Die Abwärtsbewegung, die ihr gestern hier hingelegt habt, die haben wir um 61,8% korrigiert. Ich mache jetzt folgendes. Ich packe erstmal eine Short-Position hier hinein. Den Stopp dafür war jetzt ein bisschen spät. Bei der 32 hier oben wäre besser gewesen. Aber den Stopp dafür, den bei der 25 rein. Der Stopp muss über die 61,8%. Also haben wir 40 Punkte, Stopp, 45, ein bisschen Luft. Ein DAX ist jetzt nicht die Welt. Aber wir haben auch dementsprechende Ziele vor der Nase. Und ich weiß, für meine Ziele kriege ich wieder Haue. Aber wir haben hier, zack, auch hier dieses Muster vor der Nase. Und demnach landen wir irgendwo hier unten bei 10.350 alleine aus A gleich C. Von da kommen. Wir haben im 4-Stunden-Chart hier unten eine schöne aufsteigende Linie, die auch jetzt hier unten erstmal als Ziel gelten sollte. Damit haben wir Luft bis in den Bereich hier unten. Auf jeden Fall bis zur 10.4. Weil hier kommt unsere waagerechte Linie mit diesem Tief angeschossen. Wenn sich diese Geschichte bewahrheiten sollte und danach sieht es im Moment aus, dann haben wir Punkt A, hier die Möglichkeit, auch diese Bewegung zu duplizieren. Ich nehme mal eine andere Farbe. Haben wir auch ab da, nämlich ab gestern, die Möglichkeit, diese Bewegung zu duplizieren. Eine Zeiteinheit höher. Und damit ergibt sich das nächste Ziel hier unten. Bei 9.800. Dazu kommt, dass wir uns hier in dem Muster einer SKS bewegen. Da. Wenn wir diese Muster abspulen, dann müssen wir, und dazu haben wir die roten Linien hier, dann müssen wir auch hier einkalkulieren, von hier eventuell runter bis an die 1.70, dann nochmal hoch an die 10.700, 10.800, um dann durchzurauschen. Und das heißt, die Schlüsselmarke bewegt sich hier in dem Bereich 10.200, 10.150. Diese Marken könnt ihr euch bitte aufschreiben. Dieser Bereich ist der sensibelste, den wir im Moment haben. Das heißt, wenn wir hier nach unten durchrauschen, dann ist der Weg frei bis zur 9.8. Und wenn wir dann sogar diese Schulter, Kopf, Schulter, wenn das hier schon die Schulter gewesen ist, die rechte Schulter ist bei heftigen Bewegungen oft kleiner, kürzer als die linke. Weil es einfacher nach unten geht und dann noch schneller nach unten geht. Aber da, der Trend geht zur 2. Tasse, ne? Kann man das sehen? Ja, ne? Süßes Kerlchen, ne? Oder? Also nicht, ich meine den hinter der Tasse. Wenn dieses Setup hier aufgehen sollte, dann haben wir hier irgendwo die Nackenlinie, die im Moment hier steigend ist und auch im Moment Halt bietet. Wenn die nach unten durchknackt hier, die gestrichelte hier. Ihr könnt euch gerne einen Screenshot machen, aber wichtiger ist es für euch, dass ihr euch die Zeichnung selber macht, damit ihr es besser versteht. Dann hätten wir in dem Fall von da nach da, nämlich die ganze Geschichte abzutragen. Haben wir hier noch irgendwelche Farben, die wir noch nicht hatten? Gehen wir die. So, dann haben wir nämlich diese Geschichte von da nach da abzutragen. Und dann ergibt sich hier unten das nächste Ziel bei 9.350. Genau in diesem Bereich. Dieser Bereich hier deckt sich mit diesen Hochs. deckt sich mit diesen Tiefs, mit diesen Hochs. Und wenn wir da durchgehen, diese Bewegung hier ging recht schnell nach oben. Die dürfte dann auch recht schnell nach unten laufen. Sind Fragen dazu? Ist im DAX nicht eine Inverse SKS? Fragt der Fischkopf. Fischkopf hier, ne? Nur für dich. So rum. Ne? Haben wir im DAX nicht eine Inverse SKS? Was ist die Grundbedingung für eine Inverse SKS? Dazu machen wir mal einen anderen Chart auf. Wenn, ich weiß, ich habe die Diskussion ja gesehen, wenn das eine SKS ist, dann haben wir noch, entweder noch nicht, entweder ist das hier die Schulter, dann haben wir hier die die eine Schulter, da die zweite, wenn das die Schulter ist, dann haben wir hier eine stark fallende Nackenlinie, weil die Nackenlinie soll das Ding ja tragen. Wenn, wenn das eine SKS wäre, wenn die vom Markt angenommen werden würde und gehandelt werden würde, diese Inverse-Geschichte hier, dann wäre, hätte, wäre, wenn, Punkt A, die Unterkante vom Kanal, das Ziel und Punkt B, hätte diese Geschichte schon durch sein müssen. Die hätte, dann wäre dann schneller gelaufen. Durch hier bestätigt und dann nochmal ein Versuch und jetzt fängt das Ding an rumzueiern. In der Regel wird sowas dann, wenn es vom Markt erkannt wird, auch schnell schnell abgearbeitet. Das sollte dann auch so sein. Hier gegen diese SKS halten im Moment, nehmen wir den hier, den machen wir mal nackig hier, im Moment dagegen spricht, dass wir eine kräftige Bewegung haben. Wir haben hier eine ganz klare bärische Flagge. Diese bärische Flagge wurde gestern, gestern nach unten aufgelöst, wird jetzt eventuell nochmal bestätigt. Viel mehr dürfte es aber auch nicht werden. Um dann diese Bewegung insgesamt nach unten abzuverkaufen. Und wir haben das zweite Argument, was dagegen spricht, dass wir genau diese Bewegung um knapp 61,8 hier korrigiert haben und hier jetzt schon wieder eine Umkehr im Blick haben. Deswegen würde ich diese SKS vernachlässigen. Man sieht auch, dass sie nicht wirklich angenommen wird. Ansonsten wäre das Ding nach oben explodiert. Inverse SKS und SKS wären in der Regel sehr schnell aufgelöst. So. Auch hier der Exit, hier mit engen Stops zu arbeiten, war genau richtig. Immerhin konnten wir erkennen, wie wichtig enge Stops sind. Ich hoffe, das hat euch heute auch ein bisschen was oder ein bisschen weiter geholfen. Trotzdem halte ich an meinem Plan hier immer noch fest. Allerdings, so wie hier, wenn hier nur mit Brei geschmissen wird, dann brauche ich hier meinen Löffel nicht reinhalten. Da kriege ich eh nichts ab. Ich kann es versuchen, mit ganz kleinen Setups zu handeln. Hier, so eine Geschichte, schönes, bullisches Entgulfing und unsere Zielbereiche hier unten bei der 86 abgearbeitet. Hätte mal da einer gesagt, uff, pass Euro. Und nicht, wenn wir schon wieder 10 Punkte weg sind. Okay, man kann nicht alles haben. Hauptaugenmerk hier, ihr braucht ja noch ein bisschen Zeit, das zu verarbeiten, im Köpfchen zu verarbeiten und im Chart zu verarbeiten. Hauptaugenmerk hier, wie gesagt, hier oben an der 12, an der 24, 28 und 36 suche ich mir übergeordnet Short Setups mit den Zielen, die wir hier beziffert haben. Okay, sind Fragen dazu? Ja. Mein Gastspiel ist zu Ende. Nelsen, seine Stunde ist um. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht überlastet hier oder zu viel zugetextet. Bist du noch Short im DAX? Ja, na klar. Wir haben noch eine Position im DAX laufen. Da gehe ich mal noch drauf ein. Wo haben wir sie? Ja, wir haben noch eine Position im DAX laufen. Und zwar, wir nehmen mal den hier, glaube ich. Ja. Wir haben eine Position eröffnet vorgestern bei der, also wir hatten eine Long-Position laufen. Ihr könnt mich gerne, wer von unserem Pater Nostan dabei ist, kann mich gerne berichtigen. Wir hatten hier eine Long-Position laufen, die bis zur 10.700 oder 10.750 laufen sollte. Und wir haben in einer anderen Strategie als Hedge bei der 10.695 eine Short-Position hier morgens eröffnet, die dann hier runtergekachelt ist und uns ungefähr 90 bis 100 Punkte eingespielt hat. Und die nächste Marke, die wir für Short hatten, war wo? Wer weiß es noch? Ich glaube, der Nelson ist weg. Der hat sich verkrümelt. Kann ich verstehen. Meinst du? Ja. 10.700, na 10.775 ist nicht ganz richtig. 10.700, wir hatten gestaffelt 10.700, 10.750, die er vorgestern Nachmittag oder vorgestern Nachmittag im Webinar geholt hat, wo er vorgestern Abend geholt hat, die 10.750 und wir hatten dann die nächsten Marken. Wir haben gesagt, wir bauen auf bei 10.800 bis 10.850 Höhe, da 10.825 haben wir die Linie als Mittel drinne da. Wir haben gesagt, höher als 10.900 soll er nicht laufen. Meine Position von 10.750 kommend, die läuft noch. So, und die 10.000, die Position von der 10.750 ist bei 10.950 abgesichert. Und auch diese, wenn ich, wenn er nochmal hier hochlaufen sollte und ich nochmal aufstocken sollte, dann kommt auch diese Absicherung über 10.950. Ziel ist es, diese gesamte Bewegung nach unten zu duplizieren. Wo hatten wir das eingezeichnet? Da. Und dann landen wir nämlich unten bei 9.350. Und von der 10.750 zur 9.350 darf man sich auch einen Stop von 150 oder 200 Punkten erlauben. Nicht wahr? So, und damit soll es das für heute früh auch gewesen sein. Die Aufzeichnung stellen wir euch selbstverständlich zur Verfügung. War ja eine FX-Flat-Veranstaltung. Darf ja sowieso jeder rein. Dann darf man auch die Aufzeichnung, glaube ich, hochladen oder lesen. Spricht da was dagegen? Wenn von deiner Seite nichts dagegen spricht, dann natürlich von meiner Seite auch nicht. Gut. Nächstes Mal bitte auch du mit Kamera. Ich will mal sehen, wie du morgens im Pyjama am Schreibtisch sitzt. Nee, will ich lieber nicht. Dann wirst du neidisch. Ja, gerade Kopfkino, ich stehe mir so richtig vor, so im Nachthemd und hier Schlafmütze mit Zipfelmütze, eine Kordel um den Bauch und einen Wecker dranhängen und Filzpantoffeln. Genauso. So ähnlich. Vielen Dank. So bin ich auch heute Mittag. Was ist heute Mittag, lieber Berthold? Bis jetzt habe ich für heute Nachmittag ein Webinar angesetzt. Wenn es sein sollte, dann bleibt das auch dabei. Wenn sich nichts weiter ergibt, dann werde ich das mit Kurzvideos ersetzen, werde die Kurzvideos hochladen und wenn ich da rausgucke, erscheint da draußen die Sonne. Ich weiß noch nicht. Also, nur wenn es sein muss. Ansonsten rechnet bitte damit, dass ich es eventuell auch heute Nachmittag canceln werde. Wie gesagt, das ist das 70. Webinar seit dem 21. Januar. Also in dreieinhalb Monaten 70 Webinare. Das ist mehr als die Hälfte, die wir im ganzen Jahr liefern müssen. Ich glaube, dann ist auch mal ein sonniger, freier Nachmittag drin. Eventuell. Okay. Aber bitte bis 11 Uhr Bescheid geben. Ja. Machen wir. Bescheid. Nein, bis 11 Uhr sehen wir ja, wenn die Eröffnung 9 Uhr durch ist, dann... Den musst du mir erklären, Lotz. 5 zu 1 für Nelson. Also einer von euch beiden hat hier... Einer von euch beiden hat hier erhöhten Erklärungsbedarf. Lass mich doch nicht dumm in den Nachmittag gehen. Ne? Okay. Ich verabschiede mich hier mit. Die Nummer hier unten habe ich leider verpasst. Wenn wir die im 1 Minuten noch mal ganz kurz einen Blick drauf werfen. Da wäre eine schöne Umkehr gewesen. Hätte man sauber handeln können, hätte man sauber handeln können. Aber ihr lasst mich alleine hier im Regen stehen, im DAX rumbasteln. Und in dem Moment, wo ich im DAX rumbastel, handelt ihr geheimlich den Euro Long. Also der Berthold hat das in den Chat reingeschrieben. Du hast es nur nicht gesehen. Echt? Wann denn? Rechtzeitig. Rechtzeitig. Was für eine Begründung. Das ist genauso, wenn ich früher zu meiner Freundin gesagt habe. Und wann kommst du? Ja, pünktlich. Dritten Herbst, halb neun. 41 hat er das gesagt. 41. 41. Zielbereich Euro Long, wenn du möchtest. 41. Gucken wir doch mal. 41. Danke, Berthold. Ich muss dem Nelson leider recht geben. Und der Berthold hat die Position wahrscheinlich drin. Ich habe es nicht gelesen. Entschuldigung. Der Nelson ab nächste Woche mit einem Blauhelm und einer UN-Flagge. Hier als Neutraler. Ja, habe ich. Genau. Okay. In diesem Sinne, jetzt bin ich wirklich weg. Wir sehen uns entweder heute Nachmittag. Ansonsten sehen wir uns in unserer Gruppe wieder. Am nächsten Dienstag früh um 7.45 Uhr, wenn wir weiter handeln. Wer dabei sein möchte bis Ende Juni. Noch ist es möglich, die 30, 40 Webinare, 30 wahrscheinlich, die wir noch machen bis Ende Juni, für 100 Euro bei uns zu buchen. Wir freuen uns, wenn einer, der ein oder andere das Angebot annimmt. Das findet ihr bei uns auf der Homepage ganz dick und fett oben drauf. Für einen Huni könnt ihr gerne dabei sein. Und vielleicht auch das eine oder andere lernen. Hoffe ich jedenfalls. So. Ich glaube, langweilig wird es hier bei uns recht selten. Auf welcher Homepage finde ich das? Die schreibe ich mal noch hier rein, wenn ich darf, Nelson. Na klar. Nelson sagt jetzt, du darfst fast alles. Nein, das sage ich nicht. Du weißt, ich nutze es aus. www.vxpro-systeme.de Ich gucke mal. Kann ich die vielleicht sogar hier einblenden? Das sollte gehen. Da haben wir. Komm her. www.vxpro-systeme.de Aber ich habe jetzt langsam ins Internet. Ich habe Nelson ein bisschen was abgegeben. Hier ganz dick und fett Service Paket. Da für einen Huni könnt ihr bis 30.06. Denn gerne dabei sein. Wenn ihr möchtet, werde ich mit Nelson mal den Terminkalender abstimmen. Wenn es euch ein bisschen Spaß gemacht hat, dann bedanken wir uns immer für ein Feedback. Gerade wenn das Video hochgeladen ist auf YouTube. Daumen hoch, Daumen runter. Sag genügend. Wenn es gewünscht wird, werden wir diese Webinar-Reihe hier etwas erweitern. Und so viel wie möglich eben als zuverlässigen Partner für FX Lab auch ein paar Webinare mehr machen. Wie gesagt, wenn es gewünscht wird, dann lasst es uns einfach wissen. Immer nach dem Motto, wenn es euch gefallen hat, dann sagt es weiter. Umso voller wird die Bude hier. Wenn es scheiße war, dann sagt es mir. Oder Nelson. Nelson petzt nicht. In dem Sinne euch jetzt einen schönen Tag. Tschüss, tschüss. Moin, moin. Genießt die Sonne. Es wird ein schöner Mai-Tag. Okay? In dem Sinne. Tschüss, tschüss. Moin, moin. Sehr gut. Danke dir, Thorsten. Danke an alle Teilnehmer. Ja, ich kann dem Lutz nur zustimmen. War lustig heute. Und inhaltlich natürlich auch wie immer top. Und Aufzeichnung kommt wie immer so schnell wie möglich online. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, erfolgreichen Tag. Passen Sie auch für die Position auf. Und gerne dann nächste Woche Donnerstag wieder. Bis dann. Tschüss.